Toll. Hau uns bloß ab! Ey. Dein starren Blick. Hm? Äh. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Tschüss. Was hat er gekauft? Ah, Sponster. Oh, ein Schwamm. Natürlich. Du sahst auch so aus, als würdest du einen Schwamm brauchen. Nuts wollten sie haben. Dies Nuts. Okay. Äh. Ja, Brot. Aktuell immer noch im Liegen. Hallo Herr Scheich. Guten Tag Herr Scheich. Ich bin gespannt Herr Scheich. Lass uns mal überraschen Herr Scheich. Ja, ich würde sagen aktuell läuft unser Laden. Also zumindest so wie es aussieht. Ähm. Ich würde jetzt ein bisschen... Ich... Ich würde jetzt ein bisschen... Erstmal warten, was so passiert. Weil die mehr Prozent wir haben, desto mehr Leute kommen glaube ich, ne? Oder desto freundlicher und kaufwilliger sind sie glaube ich auch, ne? Andere Sachen zu kaufen, oder? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das mit dem Brot so funktioniert. Na, einfach mal testen. Hm. Hm. Boah, vier Prozent, alter. Waren schon mal fünf. Der nächste jetzt auch wieder was kauft. Sammy, du stehst den Weg, merkst das nicht. Hau ab, such dir einen Job, Mann. Bitte kaufe was, bitte kaufe was, bitte kaufe was, bitte kaufe was, bitte kaufe was. Bitte kaufe was. Hau ab. Ich geb' denen keine 300. Jetzt kann er sich abschminken. Wir müssen das Geld gut investieren. Sehr, sehr gut investieren. Man, wir haben ja... Äh, äh, Artikel, ne? Zu kaufen. So ist es ja nicht, ne? Jetzt dürfen wir aber drei Prozent sein, oder? Ja, zwei Prozent, okay. Da, da, da. Ah, Softkacke wird auch viel gekauft. Oder Sandkacke. Die Mac & Cheese gehen auch so langsam zu neigen, ne? Sugar haben wir auch nicht mehr so viel. Dankeschön. Beihren sie uns bald wieder. Auf Wiedersehen. So. Marmelade. Oh, die Peanutbutter ist auch echt gut weggegangen. Hätte ich nicht gedacht. Krass. Äh, ich glaube, ich würde nochmal ein bisschen shoppen gehen. Wenn wir schon einmal dabei sind. Dann. Die ist natürlich der Sammy überfahren, ne? Nein, Spaß. Natürlich nicht. Doch, werde ich machen. So. Äh, sein blöder Zementmischer. Huch. Klar, sein Zementmischer ist kaputt gegangen. Natürlich. Wer es glaubt, wird es ähnlich. Ach, dieser Sammy. Ich werde den nicht einstellen. Niemals. Oh nein. Das werde ich... Nein, das werde ich auf keinen Fall machen. Wow. Wow. Gut. Alles gut. Alles gut. Nichts passiert. Alles gut, der Tank stellen wird. Ich werde den nicht einstellen. Niemals. Der wird niemals Teil unserer... unserer Aktion. So, ab zum Java-Shop. Java-Java-Rababa. Oh. Da habe ich die Kurve nicht gekriegt. So, jetzt aber. Schönen guten Tag. Ähm, ich würde ein bisschen was kaufen. Ah, am besten Sachen, die mir so... Cheese-Mild? 40. Kauf ich mal. Zahnpasta. Ja. Shampoo. Ich kaufe mal ein bisschen was ein. Was wir noch nicht hatten und so. Alter, das kostet 169 Leder... Lederkehre. 30 Airfreshener. Jo. Glasscleaner für 38. Generaldressing. Peanutbutter. Den haben wir. Seife. Schwamm für 11. Wrapped Papers. Was sind denn bitte? Wrapped Papers. Sind das auch Toilettenpapier? Close. Softener. Weichspüler. Bleiche. Kost 29. Kost 42. Das haben wir, das haben wir. Das haben wir nicht. Das ist zu teuer. Kostet auch zu viel. Das will ich mal kaufen. Autoflakes. Jo. Honey Rings. Balanced Up. Das ist zu teuer. Berry Cerealien haben wir, glaube ich, hier. Davon haben wir noch nicht so viel mehr, aber okay. Sodaken. Energy Drink für 15. Jo. Nehmen wir. Okay. Dann. Watermelon Drink. Blueberry Drink. Und Tropical Drink. Jetzt kommen wir mal richtig ein hier. Mal richtig ein bisschen mehr hier anbieten. Der. Äh. Kundschaft. Da 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 da. 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 So. Da 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 da. Sehr fragile Fracht. Also Vorsicht. Heute kommen wir mal wieder ein bisschen mehr ein. Ich hoffe nicht, dass die, dass die Rechnung vom Strom noch kommt. Da sind wir am Arsche. So. Warte. So. Okay. Äh. Das haben wir alles durch. Energy Drink war zu teuer. Wasser haben wir. Water Bottle L gibt's auch. Kaufe ich auch mal. Sodaken. Kauen wir auch. Nuts. Die waren noch teuer, ne? Oder? Wo waren die überhaupt? Ne. Ah. 47. Ja komm. Einmal. Cheese Chips sind teuer. Candy back haben wir. Ah. Brezelsnacks. Hier. Corn Snakes. Für 13 nehm ich mal mit. Mayonnaise. 21. Ja. Tomatenpaste. 24. Ah. Muss das doch alles unterkriegen, ne? Riecht das da irgendwie hin? Vielleicht. Warte mal. Ne. Ich will die Klappe aufmachen. Warte. Äh. Nein. Fünf. Fünf. Fünf ist es. So. Kann ich jetzt was reintun? Toll. Ich kann nur nimm als da was reinstecken oder was? Wofür kann ich dann den Kofferraum aufmachen? Toll. Großartig. Wofür? Wofür mach ich dann den Kofferraum offen? Wofür mach ich dann den Kofferraum offen? da 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 so aber kriegen wir dann dann noch ein hin muss mal eben gucken sind ja bisher ein bisschen sortieren la 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 hip hop hip hop hip hop ah da ging es moment muss den mal irgendwie anders platzieren erstmal dahin dann machen wir den mal hier so hin so weit wie möglich lalala lalala so na so da da ging noch fast oder mal geht noch gerade gut ja so so weiß ich ob wir mehr jetzt drauf kriegen oder ob wir jetzt noch ein zusätzlich muss man gucken vielleicht seitlich ach komm schon das hat mir so viel mühe gegeben warte vielleicht den seitlich und dann den anderen auch das dürfte dürfte glaube ich so besser gehen ja natürlich also kriegen wir viel mehr drauf seitlich oder oder täuscht das ach guck mal ach großartig so kommen wir noch ein bisschen ein ähm bananen zeralien weiß nicht haben wir die gekauft keine ahnung haben wir die ich weiß gar nicht was wir alles gekauft haben natsbiscuit corn snakes water bottle air freshener outer flakes watermelon drink 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 okay haben wir nicht kosten 41 schon sehr teuer brauche ich trotzdem mal salat dressing ist mir zu teuer ketchup haben wir glaube ich noch klein cola flaschen habe glaube ich auch noch ja ich glaube wir haben dann soweit erstmal alles zahnpasta weiß gar nicht kaufe ich auch mal haben wir glaube ich nicht mehr auf tasch zucker haben wir glaube ich auch nicht mehr so viel so jetzt aber alter groß einkauf aber wie geil die geil diese pakete aussehen warte mal ich plötzlich mal eben wie cool das einfach aussieht das sieht das hier einfach so sieht echt so aus als würde das darstellen hier ja der kriegt jetzt in lieferung und so ich frage mich immer noch wie dieser lkw hier reinkommt weil da ist eine mauer und da der steht da direkt vom naja ist äh ja gut ich äh frage es gar nicht so jetzt haben wir den großeinkauf erledigt tach neigt sich wahrscheinlich auch schon langsam wieder den ende heißt also wir können die regale auffüllen ich hoffe wir haben genug platz dafür für den ganzen kram den wir da haben da 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 essen und trinken müssen wir bestimmt auch gleich wieder da du 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 waa ohne einbahnübergang wuhuu hello i'm wieder da so he 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 so zucker kommt hierhin da da dann haben wir cheese mild dahin dann haben wir äh zahnpasta dahin soda ken kommt hierhin die getränke kommen wir hierhin bananen banan serialien kommen hierhin mal die anderen sachen holen so echt fleißig einkauf ne muss man sagen so watermelon drink watermelon drink watermelon drink mhm 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 air freshener air freshener könnte hier bei den dings sachen hin das machen wir mal hierhin dann blueberry drink das kommen wir den getränken hin tropical drink hier dann energy drink mal gucken wie das so ankommt alles guten tag beehren sie uns bald wieder so ein paket ist noch da cornsnacks kommt wieder hierhin cola ken oh es ist nacht bisquit kommt hierhin nuts kommen auch hierhin der letzte kunde ist glaube ich gerade da und die outer flakes kommen auch hierhin so dankeschön beehren sie uns bald wieder 192 haben wir das heißt morgen 100 für den dings water bottle s kommt hierhin und dann würde ich sagen schließen wir glaube ich den laden kommt keiner mehr ne so gut ähm dann füllen wir mal auf also air freshener der kann von mir aus hierhin okay die schwemme sind heute auch gut weggegangen sieht aus so air freshener la 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 so warte einräumen einräumen ich räume ein ich räume so gern ein da kann ich alleine sein schub schub dubi di du so zahnpasta war hier oben da 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 hip hop hip hop hip hop hip hop mit es mitochondria super afin es ist wahrscheinlich ja Würde ich hier ein paar an, oder? Und mal unten bei den Süßigkeiten. Oh, Alter, die Schipps sind weggegangen. Holy shit. Alter, die Schippe sind ja weggegangen. Leck mich fett, du. Alter Verwalter. So. Die kommen da hin. Tada. Dadadadadadada. Das sind, glaube ich, so Flips oder so, ne? Wie die heißen heutzutage. Flips, Flips. Corn Snacks. Ja, hört sich am Wissen wie Corn Flakes. Snackers. Ne, Shakers. Shakers, auch geil. So, Sugar war hier oben. Füllen wir mal auf. Wenn wir schon einmal dabei sind. So, liebe Kollegen. Einmal hier. Sugar. Sugar, I get so fly. Sugar, Sugar, high. Get so fly. Na. So. Das kommt da hin. Und den letzten kriegen wir, glaube ich, auch noch da hin, oder? Ja, natürlich. Ja, sehr schön. Ist zwar auf der Kante, aber... Dann kann man nochmal den vorne hin. Ganz ehrlich, sieht das, glaube ich, ein bisschen besser aus. Äh, hallo? Na, na, da ging's doch gerade. Ah, hallo? Ah, Sweetheart Sugar. Hm. Ah, sie ist auch nicht jetzt gerade besser, aber egal. So, äh, Cheese Mild. Ja. Den würde ich jetzt hier hinpacken. Sieht ein bisschen aus wie, wie Dings, ne? Wie hier, äh, wie Backcamembert oder so. So ein bisschen wie, wie dieses, äh, hier so Ofenkäse. Könnte sogar Ofenkäse sein, glaube ich, oder? Ja, Cheese Bacon ist, glaube ich, sogar mild. Ist, glaube ich, sogar sowas. So, schauen wir mal. So, die Mayonnaise packe ich auch mal eben hier wieder ein bisschen ordentlicher hin. Die ging ja auch anscheinend ganz gut weg. Gute, dass wir die gekauft haben. Dann die Outer Flakes. Äh, ja, warte mal. Nein, andersrum. So, die Tomatenketchup hierhin. Die Dose kommt hierhin. Bisschen sortieren, ne? So, die Flakes. Ist das, ist das Reis? Ne, es wird ja Reis heißen dann, ne, oder? Eigentlich wird es Reis heißen dann. Weil es sieht so ein bisschen danach aus, wie es Reis. Auf der Packung. Oder? Ist das Reis? Ne, das sind, das sind Corn Flakes tatsächlich. So, so Flakes. Na dann. Mal gespannt. So, äh, Nuts. Die Nuts. Äh, bei den Süßkram, ne? Ja. Haben wir ja ein bisschen Platz für die Nüsse. Keine Nüssewitze jetzt. So, da. Und. Da. Und. Da. So, dann haben wir noch Biskuit. Mh, richtig süß hier alles wieder. Mh. Äh, warte mal. Die. Können wir die irgendwie umlagern? Die vorne einmal hin? Ah, den, den, den Softkacke, den füllen wir jetzt sowieso nicht mehr auf. Oder den Sandkacke. Und dann haben wir hinten Platz für den, für den Biskuit. So. Hä, es macht voll Laune. Viele denken jetzt so, hä, wie kann das Spaß machen? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es macht voll Laune. Bin echt gespannt, wie das noch so weiter geht. Gut, ja, mit Sammy und so. Mein Gott. Ah, irgendwann werden wir das für den auf jeden Fall fertig machen. Ich hoffe, der. Was fehlt denn als nächstes? Ein Bagger oder was? Und er steht halt immer noch da. Er steht rund um die Uhr, steht er da. Er steht rund um die Uhr, steht er da. Er ist, er ist, er ist halt, er ist halt, äh. Oh, zwei Prozent aber behalten. Geil. Er ist halt, keine Ahnung. Er geht nie, er geht niemals schlafen. Er muss nie essen. Oder trinken. Er ist immer da, wenn du ihn brauchst. Nur er hat nichts. Außer Geld. So. So, ähm. So, Waterbottle. Das ist die große Waterbottle. Wir haben ja mal ein bisschen größere gegogelt. Entgegen den Limo. Hier steht wenigstens Water drauf anscheinend. So, warte. So. Da, da. Hip-Hop. Hip-Hop. Na. Uah, ich hab falsch gedrückt. Ich hab F gedrückt. Ich affe. So. Gut. Dann. So. Neben der Kleine. Hey, ich verstehe gar nicht. Warte mal. Das ist L und das ist S. Also, ganz ehrlich. Ist vielleicht nicht grad richtig groß, ne? Also, ist jetzt nicht grad übertrieben groß. Also, muss ich sagen. Es ist jetzt nicht viel größer. Wahrscheinlich gleicher Preis. So. Gut. Hier muss ich auch nochmal hingucken. Da bin ich grad aufs Regal gekommen. Ich bin grad irgendwie aufs Regal gekommen. Ah, hier. Gucken, ob ich die kleinen Cola mal eben sortieren kann. Pickup mit Tee. Nein, ich will hier die Cola pick upen. Mal eben einsortieren da. So. Ja, so. Die Limo ein bisschen hier vorne hin. Das ist für mich ein Limo. Eine Fanta oder so. So. Oh, die Cola-Bottle. Die können wir doch da oben reinstellen. Huah. Huah. Nein. Hallo? Huah. Würde ich gerne da reinstellen. Da rein. Das geht. Ich wollte grad sagen. Da stand nämlich auch ne Flasche. Gut. Äh, kennen. Dann machen wir mal direkt weiter. So, da kennen. Miranda. Lass Miranda, den sie will ja. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da, da. Die ganze Nacht durchgearbeitet. Nicht einmal geschlafen, ne? Huah. Müssen gleich Essen trinken wahrscheinlich. So, Tropical Drink. Machen wir direkt weiter. Was ist das denn? Frosch da drauf? Bold. Was steht da? Bold Frog Jolt. Ah, ja. Na, wenn du den sonst keine Probleme hat. Nimmst du alten Bold Jolt. So. Okay, dann hier. So. Ach, ist das schön. Ist das schön. So. Cola Cam. Pepsi haben wir auch im Angebot. Oh, Entschuldigung. Äh, Coca Cola. Äh. Afri Cola. Äh. Sinalco Cola. Alles Cola. Das muss ich ja noch Schleifwerbung machen oder so. So. Aber es lässt schon vermuten, welche Marke das sein soll. Muss ja heutzutage aufpassen, was man sagt im Internet. Wenn man nachher noch zitiert oder so. Also, bitte nicht zitieren hier, ja? Oder, ne? Nicht wörtlich nehmen alles, was ich sage. Ist immer noch alles Spaß. Ja. Und wer das hier als ernst sieht, äh, weiß ich auch nicht. Dem ist ja, glaube ich, auch nicht zu helfen. So. Oh, Energy Drink. Mh. Lecker. So. Krieg ich immer Herzrasen von, wenn ich zu viel trinke? Weiß nicht, wie das bei euch ist. So. Habt schon länger kein Energy mehr getrunken, muss ich sagen. Gut. Ähm. Blueberry Drink. Ich glaube, wenn es so weitergeht, dann wird der Landwirklich laufen. Oh, hier auch nochmal. Bolt Frog Sky. Uh. Da, da. Da, da. Da, 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 da. So. Gerade so ein bisschen dunkel, lieber. Ich muss mal ein bisschen Licht anmachen. So. Also jetzt in real life, ne? Und sehe ich hier nichts mehr. Und das tut wie auf Augen, wenn man auf so einen Bildschirm startet, der voll hell ist und ringsherum alles dunkel. Da, da krieg ich mal vierkige Augen. Oh, kennt ihr das nochmal? Oh, oder kennt ihr das noch von früher? Boah, von der, von der, von der Eltern, die mal gesagt bekommen hat. Mensch, Junge, du hast schon ganz feellkige Augen vom Monitor. Klar. Ja. Ja. Oder die Sprüche immer von früher so. Ab morgen herrscht hier ein anderer Wind. Ja, ja. Südöstlicher? Oder welcher? So. Nein, Spaß beiseite. Gut. Was haben wir denn da? Was war das? Ach, Bananen. Cerealien, Cerealien. Wo mach ich die denn noch hin? Mh, mh, lecker. Äh, warte mal. Krieg ich die dazwischen dann? Die Bananen Cerealien? Probier's mal. Ob der Platz reicht? Sonst muss ich mich noch ein bisschen breiter machen. Boah, die sind aber auch riesig, ne? Alter Schwede, okay. Da muss ich mir was anderes überlegen. Äh, warte mal. Ganz ehrlich. Die Eier. Eier, wir brauchen Eier. Hat der Kahn gesagt. So. Die werden schon nicht runterfallen. So, packen wir die Bananen Cerealien hier hin. Und dann haben wir ja echt schon die Regale so langsam richtig gefüllt, ne? Wir haben ja echt jetzt Sortiment. Wir haben richtig viel Auswahl. Ich, I'm thirsty. Ja, ich weiß, dass ich thirsty bin. I'm very thirsty. Ich bin immer thirsty. So, deswegen trinke ich mir auch eine Wasserflasche von hier. Einfach weg. So, trink und trink und trink. Und dann muss ich mir noch ein Brot essen. Von hinten. So, warte. Äh, take from the box. Take from the box. Eat, eat. So, dann dürfen wir eigentlich wieder voll sein, ne? Ja, genau. Jetzt müssen wir noch duschen und, äh... Fiu, haben wir schon nachts. Alter Schwede. Mitten im Laden. La, la, la. Und jetzt erstmal schön... So, jetzt ab nach Hause schlafen. Lohnt sich das noch? Eigentlich, ja. Let's go. Durch die Hintertür geht's raus. Alter, der Typ, ne? Der geht mir so auf den Sack. Hau bloß ab. Geh weg, Mann. Lass mich. Voller Stalker. Steht halt mitten in der Nacht schon vorm Laden. Kauft nur nix ein. Dreht Leuten nur irgendwas an. Von der Drogenbaron. So. Hup. Uah. Okay. Dann würde ich sagen, leben wir und schlafen. Und mal schauen, was der morgige Tag bringt. Äh, wuhu. So. Aussteigen. Perfekt geparkt. Und Tür... Na toll, die Tür geht außen auf. So. Hup. 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 Nicht schon wieder. Ich bin schlafgewandelt. Hup. Und dieses Haus hat halt einfach nur vorne Fenster, ne? In den hinteren Räumen keine. Ist halt so großartig. So. Dann wollen wir mal wieder mit unserem Töv Töv. Und direkt den Laden öffnen. So. Hui. Hip-Hop. 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 Hup-Hup. Wuhu. So. Guten Tag. Äh, darf ich mich hier hinstellen? Ja, ne? Ich glaube schon, oder? Hier stört das, glaube ich, keinen, wenn ich hier stehe. Ding-Dong. Ladenöffnung. Ach, jetzt bin ich mal so gespannt, was die alles so kaufen. Ich kann es ja kaum abwarten. Huch. Ich kann es ja kaum abwarten. Was die, äh, was die wohl kaufen werden. Da-da. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da. Okay. Unsere Routine geht weiter. Wir haben drei Prozent. Holy shit. Sind wir eigentlich jetzt über Schlafen irgendwie wieder? Ne, okay. Okay, also Schlafen macht jetzt keine Auswirkungen auf Essen, Trinken, Blase voll und, äh, f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-dreckig sein. Na, wir. Wir haben leider kein Loch, nicht für Sie Fleisch. Haben wir noch nicht, leider. Es tut uns leid. Oh, komm da, Charles Bronzen. Oh, mhm, oh, mhm. Hallo. Oh, Alter. Boah, Topfriese übrigens. Ja, mein Meister. Hä, was soll der auf dem Hemd stehen? Huch. So. Machen Sie es gut, Tony Marshall. Wir sehen uns im anderen Leben. Oh, ey, dein Zwillingsbruder kommt schon wieder. Psst. So, ich setz mich mal. Kann ich da... Kann ich auf die Items nicht rausspringen eigentlich? Ah, jetzt. Ich sitz auf der Stange. So, warte. Guten Tag. Begrüße Sie. Ich begrüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Beihren Sie uns bald wieder. Du, du, du. Du, 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 du. Ach, das läuft ja wieder. Ist der noch da? Der ist noch da, ne? Der ist noch da. Gott. Der lässt auch nicht ab. Hallo. Guten Tag. Ach, wie schön. Was geht denn da so? Was fehlt denn hier? Oh, toll. M-Papier ist gekauft worden. Natürlich. Was wollen die denn haben? Melon, Karottenjuice, El und Spicy Fries. Ja, wir müssen auf jeden Fall auch auf Kühlung gehen demnächst irgendwann mal. Ach, guck mal, wir haben sogar noch einmal Shell... Nee, wir haben noch einmal Salatdressing oder Generaldressing. Hä, wollt ihr da eigentlich Dressing haben? Naja, wahrscheinlich Salatdressing oder so, ne? Naja, ich weiß gar nicht. Was ist ein Generaldressing? Generalbergfrühling oder was? Oh, Wasser. Der Feine, er hat Wasser gekauft. Hört, hört. Okay, die Dosen sind, glaube ich, ein Energy ist, glaube ich, schon weggegangen, wenn ich das richtig sehe. Jo, ein Energy-Trink für 9 Dollar. Cool. Was ist ganz am Anfang weggegangen? Cola-Bottle für 12. Ja, die großen Cola-Bottle, die gehen auf jeden Fall. Oh, Herr Scheich. Hallo, Herr Scheich. Ich grüße Sie, Herr Scheich. Hallo. Toll. Was will er denn? Klar, Watermelon. Außer im Sal... Hä, was? Oh, ach ja. In seinem Land, natürlich. Heiß, ne? Da isst man Watermelon. Das ist so. Aber man muss sagen, Wassermelone ist auch richtig gut. Das ist mega lecker. Weißt du, wie wir in Urlaub waren? Wassermelone. Mmh. So gut. Mega, mega gut. Freunde, ich würde sagen, wir lassen das mal hier ruhig schön laufen. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder bei Trader Simulator. Den zweiten Teil und dann machen wir Cash. Und dann schauen wir mal, dass wir hier mal so langsamer zur Pütte kommen. Dass wir, na Samy, werde ich kein Geld mehr in den Hals stecken. Wir haben so viel Geld schon reingesteckt. Aber aktuell läuft es, glaube ich. Und so wie es aussieht, kriegen wir jetzt so ein bisschen die Kurve aktuell. Wir haben ja jetzt auch ein paar mehr Sachen im Angebot. Vielleicht hilft das was. So, wir schauen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet bei Trader Live Simulator 2. Und ja, ich bin raus. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.